Heute haben wir Samsung Galaxy A50 mit Bruch im Display. In dem Fall ist es erstaunlicherweise sogar so, dass das Display noch funktioniert. Meistens bei den Armmodellen bleiben die einfach schwarz und zeigen gar nichts mehr an. Da tauschen wir das Display aus, dazu benötigen wir einmal ein originales Displaymodul und für die Rückseite neuen Kleber. Das zeige ich euch, wenn wir das tauschen. Dann nehmen wir uns zuerst einen Heißluftfön und müssen die Rückseite gleichmäßig warm machen. Wichtig dabei, bei den Armmodellen mit Kunststoffrückseite nicht zu heiß machen. Sonst kann man die Rückseite beschädigen, beziehungsweise oft löst sich dann der Lack von der Rückseite ab. Das machen wir jetzt erstmal gleichmäßig rundum warm. So, das Gerät ist warm genug. Normalerweise würde ich jetzt das Gerät in unser Öffnungswerkzeug einspannen. In dem Fall hat der Kunde hinten so eine Metallhalterung dran, normalerweise für den Magneten. Will ich jetzt nicht abmachen, dann machen wir das anders. Dann nehmen wir dann zunächst mal Isopropanol und das geben wir einfach außen vorsichtig rumdumm um das ganze Gerät. Das hilft dabei die Kleber besser anzulösen. Und dann nehmen wir unser möglichst dünnes Metallwerkzeug, wo man seitlich zwischen Rahmen und Backcover reinfangen kann. Hebe das ein Stück an und um keine Schäden zu machen, nehmen wir danach eine Kunststoffkarte, setzen die auch an der gleichen Stelle an. Entfernen unser Werkzeug wieder, geben dann nochmal ein bisschen Isopropanol auf unsere Karte. Und dann kann man das in der Regel ganz schön lösen und fährt hier einfach seitlich um das Gerät rum. Wichtig dabei, nicht zu tief mit der Karte reinfahren, sonst könnte man Kabel im Inneren verletzen. Das Ganze mache ich jetzt einmal komplett um das ganze Gerät. Immer wieder mal, wenn es nicht mehr so gut geht, ein bisschen Isopropanol machen. Man kann es auch nochmal aufwärmen, wenn es zu stark abgekühlt wäre. So, Deckel ist abgelöst. In dem Fall ist sogar der Kleber perfekt erhalten. Könnte man theoretisch wiederverwenden, ist allerdings für die Wasserdichtigkeit nicht so gut. Deswegen würde ich hier jedenfalls dann später neuen Kleber noch mit drauf machen. Das zeige ich euch aber dann am Ende. Was mir auch gerade noch aufgefallen ist, das Backcover hat hier einen kleinen Sprung über den Kameralinsen. Da fragen wir mal den Kunden, ob er das auch getauscht haben will oder ob er das so lassen soll. So, dann im nächsten Schritt müssen wir alle Schrauben im unteren und im oberen Bereich nacheinander lösen. In dem Fall ist es so, die Schrauben muss man nicht sortieren. Die sind alle gleich lang. Die können wir einfach alle auf den Haufen legen. So, dann nehme ich noch die übrigen Schrauben alle raus. Und dann geht es weiter mit der SIM-Kartenhalterung. Da müssen wir in unserem Werkzeug reingehen und den Einschub raus machen. Und dann nehmen wir uns wieder unser Metallwerkzeug. Können hier zwischen Display und Rahmen leicht reinfahren. Und dann können wir das hier Stück für Stück weiter öffnen. Und dann kann man den Rahmen einfach im Ganzen abnehmen. So, dann sind wir hier im Inneren von unserem Gerät. Da würde ich als erstes den Akkuanschluss abstecken. Das dient dazu, dass wir jetzt hier, wenn wir irgendwann Schrauben oder irgendwas verlieren sollten, keinen Kurzschluss machen können. Deswegen immer Akku zuerst abstecken und ganz am Ende als letztes Bauteil wieder anstecken. So, dann ist es bei den A-Modellen so, dass dieser Connector extrem empfindlich ist. Deswegen würde ich immer dieses Kabel nicht abstecken, wenn es nicht unbedingt sein muss. Deswegen machen wir das so, dass wir hier nur unten das Kabel für das Display abstecken. Dann können wir hier seitlich unter die Antennenabdeckung fahren. Das gesamte Kabel etwas lösen. Stecken wir noch den Fingerprint-Sensor ab. Dann müssen wir oben noch eine Schraube lösen. Das ist die einzige Schraube, die eine andere Farbe hat. Und dann fahren wir hier bei der Klinken einen Anschluss rein. Wir heben das vorsichtig an. Die Platine ist nämlich hier verklebt noch zusätzlich. Lösen das. Dann können wir die Hauptplatine oben einfach rausnehmen und dann komplett mit Ladeplatine und ohne dass wir dieses Kabel abstecken, können wir das Ganze entnehmen. Dann müssen wir noch den Fingerabdrucksensor ausschrauben. Das sind einfach diese zwei Schrauben, die müssen wir lösen. Den müssen wir dann aufs neue Display wieder übertragen. Dann hole ich mir kurz mein neues Display, um das mal zu vergleichen. Machen wir das Siegel auf, nehmen wir unser Display raus und schauen uns das mal an im Vergleich. Und dann sehen wir, Akku müssen wir umbauen. Der ist bei dem Modell nicht dabei. Genauso wie Vibrationsmotor und oben der Lautsprecher für die Hohemuschel. Den bauen wir auch noch aus. Das geht hier relativ einfach. Einfach seitlich reinfahren unter den Lautsprecher und dann kann man den ganzen rausheben und aufs andere Display gleich übertragen. Das gleiche ist mit dem Vibrationsmotor. Nur müssen wir hier von links reinfahren und dann kann man auch den Vibrationsmotor rausnehmen. Den Kleber hinten wieder ein bisschen festdrücken, dass das bündig ist und dann hier auch wieder reindrücken. Zum Ausbau vom Akku ist es so, würde ich nur Isopropanol nehmen, nicht warm machen. Durchs Warm machen könnte man nicht den Akku beschädigen. Wenn man so ein Werkzeug hat, womit man auch die Rückseite öffnet, würde ich es auch mit diesem probieren. Das zeige ich mir kurz. Da können wir nämlich unseren Akku genauso einsparen wie unser Backcover, geben dann wieder Druck drauf. Und entweder löst sich dann der Akku schon von selbst oder in manchen Fällen muss man da noch ein bisschen nachhelfen. In dem Fall ist es so, der löst sich jetzt nicht von selbst. Dann können wir seitlich noch ganz leicht nachhelfen. Jetzt kommt er schon langsam, geben wir noch mehr Druck drauf. Und zack, hat sich der komplette Akku gelöst. Und der ist auch gerade geblieben. Das schafft man eben nicht, wenn man den nur aushebelt ohne Zug, dann bekommt der in der Regel einen Knick. Und diese Knicks können nach einer Zeit dazu führen, dass sich der Akku aufbläht und dann defekt ist. Kann auch ein paar Monate unter Umständen dauern. So, dann machen wir weiter. Das alte Display brauchen wir nicht mehr. Da haben wir alles übernommen. Dann sind wir hier beim Akku. Da müssen wir noch die alten Klebereste entfernen. Das ist bei den A-Modellen auch relativ mühsam, weil das so in einzelne Segmente geteilt ist. Ich mache das am besten mit dem Finger. Dann kann man das nacheinander wegwischen. Das mache ich kurz mal für euch. So, die Klebereste habe ich entfernt. Der Akku hat jetzt hinten ein paar Falten. Deswegen würde ich den einmal flach hindrücken auf einen ebenen Gegenstand. Dann werden die Falten ein bisschen kleiner. Jetzt können wir entweder einen neuen, originalen Kleber drauf nehmen. Der ist aber im Verhältnis mit um die 2 Euro pro Stück vergleichsweise teuriger. Deswegen würde ich empfehlen, dass wir hier so ein Klebeband von 3M nehmen. Das ist pro Meter deutlich günstiger und von der Klebekraft sogar stärker wie das Original. Das heißt, wir bringen hier einen Klebestreifen an, schneiden das zurecht. Das machen wir auf der anderen Seite genauso. Und in der Mitte auch einen. Das reicht dann auch schon. Das hält so gut. Der Akku kommt von selbst nicht mehr raus. Dann nehmen wir hier unsere Abdeckungen vom Kleber ab. Nehmen wir alle drei weg. Dann nehmen wir unser neues Display. Setzen den Akku unten bündig an und drücken das Ganze fest. So, hier am neuen Display müssen wir dann noch die ganzen Schutzfolien abziehen. Schutzfolien weg. Und dann nehmen wir unsere Hauptplatine mit der Ladeplatine inklusive Kabeln. Sehe ich gerade hier haben wir noch ein kleines Problem. Da ist hier so eine kleine Gummiabdeckung drin. Die ist hier jetzt dran geblieben. Die bauen wir einfach weg. Und dann passt die Hauptplatine hier rein. Und hier ist auch noch eine Folie. Die habe ich jetzt auch gerade übersehen. Auch noch weg. Und jetzt passt es aber. Dann würde ich die Hauptplatine schon mal wieder festschrauben mit der schwarzen Schraube. Dann müssen wir hier unten noch die Kabeln an den Flexleitungen vorbeifädeln. Wir können die Platine hier schon ein bisschen festdrücken. Dann nehme ich mir gerne ein Kunststoffwerkzeug, um hier seitlich die Kabeln in die Aussparung zu bekommen. Führe hier die ganzen Kabel bündig rein. Genauso wie hier den Kontakt wieder an die richtige Position verkleben. Dann fehlt uns noch der Fingerabdrucksensor. Den unten anstecken wieder. Und auch mit den zwei Schrauben, die wir hier rausgeschraubt haben, wieder verschrauben. So, dann ist er verschraubt. Dann müssen wir noch hier unten das Kabel anstecken. Und nun zuletzt erst den Akku wieder draufgeben. Und dann nehmen wir unsere Backcoverabdeckung. Die können wir einmal ums Gerät herumdumm bündig einrasten. Und dann verschrauben wir wieder das komplette Backcover mit allen Schrauben. So, dann noch die letzte Schraube. Dann passt das soweit wieder. Den Simkan-Einschub können wir auch wieder einsetzen. Und dann geht es weiter mit dem Backcover. Da müssen wir erstmal den alten Kleber lösen und bringen dann gleich noch einen neuen an. So, dann fangen wir hier an. Da müssen wir unter den Kleber reinfahren. Und dann können wir den im Ganzen einfach abziehen. Das machen wir einmal komplett mit dem ganzen Backcover. So, ein alter Kleber ist entfernt. Dann nehmen wir unseren neuen Kleber. Da entfernen wir die Schutzfolie auf einer Seite. Schauen von der Orientierung, dass wir diese Aussparung bei der Kamera haben. Und dann setzen wir das ja möglichst bündig oben an. Genauso wie seitlich bündig. Und dann legen wir das erstmal hier auf die lange Seite fest. Drücken das schon mal fest. Und dann nach oben. Und den Rest noch festdrücken. Und dann ist das sauber aufgebracht. Dann haben wir hier bei unserem Gerät noch ein bisschen Staub an der Seite. Zwischen Rahmen und der Verklebung. Deswegen bürste ich das noch ein bisschen aus. Damit der neue Kleber dann hier auch vernünftig hält. Sollten wir jetzt hier noch Kleberreste haben. Dann müsste man die natürlich auch so gründlich wie es nur geht entfernen. Sonst hält dann der neue Kleber nicht vernünftig. So, dann noch den Staub ein bisschen wegblasen. Und dann nehmen wir unser neues Backcover. Können hier die Schutzfolien wegziehen. Zack. Nehmen wir wieder unser Display. Beziehungsweise Handy. Können das oben erst an einer Ecke bündig ansetzen. Und drücken es dann auf die ganze Länge fest. Das Ganze kommt dann noch so um die 10 Minuten in der Presse rein. Damit das auch gut hält. Dann schalte ich das Gerät noch ein. Entsperre es mal kurz. So, das Gerät ist eingeschaltet. Dann können wir unten auf die Telefon-App gehen. Geben Sternraute 0 Sternraute ein. Dann sollte sich das Testmenü von Samsung öffnen. Und dann testen wir die grundlegenden Funktionen mal durch. Einmal Receiver. Das wäre oben der Lautsprecher. Da hören wir, das geht. Dann gehen wir noch auf Vibration. Das geht auch. Megacam ist die hintere Hauptkamera. Da können wir kurz mal schauen, ob die scharf stellt. Das sieht auch gut aus. Dann können wir noch den Touch testen. Da müssen wir einfach alle Kästchen miteinander verbinden. Sollte man jetzt hier an irgendeiner Stelle nicht drankommen. Dann zum Beispiel hätten wir ein Problem mit dem Touchscreen. Sollte aber beim Original-Display normalerweise nicht vorkommen. Beziehungsweise ich hatte es noch nie, dass ein neues Display einen Touchfehler hatte. Dann können wir noch Speaker. Das ist der untere Lautsprecher. Und das geht auch. Die anderen Funktionen brauchen wir jetzt nicht unbedingt testen. Genau, dann was noch fehlt. Es ist jetzt 8.31 Uhr. Das ist, weil wir den Akku abgesteckt haben. Müssen wir kurz ins WLAN gehen. Gehe ich kurz das Passwort ein. So, Passwort ist eingegeben. Verbindet er sich kurz. Und dann sollte sich die Uhrzeit gleich automatisch ändern. Genau, jetzt ist es richtig. Und dann sind wir mit der Reparatur fertig. Das war es dann wieder, wie man hier das Display beim Samsung Galaxy A50 von diesem defekten Zustand auf diesen neuen Zustand bekommen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Ich versuche, dass ich alles beantworte. Bis demnächst bei Smartronik.